So, wir sind jetzt ja gerade da den Hügel, gerade einmal da drum. Jetzt sind wir den Hügel hier runter gefahren, also war sehr rapaziös und anstrengend und wie gesagt, du fährst einmal runter, schürf unten oder sonst irgendwas, sprichst du was für das Feierabend. Wir haben zwar ein Satellitentelefon dabei, aber bis dann Hilfe kommt, bis sie kommt, kann es sehr lange dauern. Jetzt sind wir wieder an der unteren Ebene und wenn man hier schaut, jetzt überall sind Goldopale, aber keine Anzeichen für Opal an sich. Wir fahren wirklich jetzt da und eben kaum weiter und lassen uns überraschen.